So, weiter geht's. Die Kartoffelsorte ist natürlich auch wichtig, aber viel wichtiger ist, dass du, wenn du Bratkartoffeln machen willst, dass die Kartoffeln roh sind. Nicht gekocht, das machen die meisten Menschen falsch. Wie kommt das denn her? Was? Das klappt. Na, diese Stimme. Welche? Er kann mich nicht hören. Sag mir bitte, dass du das auch hörst. Was? Ich wollte immer schon mal die Stimme in einem Kopf sein. Lass das! Was denn? Na, nicht du. Die Stimme. Hörst du denn gar nichts? Ich bin doch nur in deinem Kopf. Du hörst Stimmen. Das ist ein bisschen seltsam, oder? Kontrolle übernommen. Hashtag Stimme im Kopf. Was sagt sie denn? Ich weiß nicht. Unfug. Na, hör mal. Ich will mich doch nur mit dir unterhalten. Ich aber nicht mit dir. Und jetzt verschwinde wieder. Ich hab ja nur gefragt. Ach so. Du wirst dich noch an mich gewöhnen. Also wie gesagt, die Kartoffelsorte ist auch nicht unwichtig. Aber du wirst sehen. Das ist nicht schlimm. Aber das ganz Wichtige ist, wenn du richtige Bratkartoffeln abkommst, du nimmst rohe Kartoffeln. Ich bin besser als die NSA. Und die Dicke der Stücke, die du in die Pfanne schneidest, die entscheidet über die Dauer des Bratkartoffels. Los jetzt! Ihr zwei macht mich wahnsinnig! Dann hol ich mir jetzt noch eine Tasse Tee, wenn ich darf. Völlig verrückt. Ja, genau. Lass uns gehen. Ja, genau. Lass uns gehen.